Hallo, das ist jetzt das alternative Ende zu einem alternativen Zug von einem Spiel Zillardron gegen Mali. Wenn ihr dafür hier seid, super. Ansonsten seht ihr jetzt die Infokarte, wo ihr zu dem Video mit dem alternativen Zug zurückkommt. Und da ist am Anfang auch dann eine Infokarte, wo ihr zu dem ursprünglichen Spiel zurückkommt. Ansonsten aber jetzt viel Spaß hier mit noch einer kurzen anderen Alternative. Genau, in dieser Variante schlage ich nämlich nicht den Abgesandten für 4, sondern die Portalträgerin für 3. Und dann habe ich 8 Siegespunkte, bin also leider genau 2 Punkte entfernt. Sonst könnte ich jetzt den Schattenläufer zu einem Mali aufwerten und hätte dann mit 10 Punkten durch den virtuellen Siegespunkt gewonnen. Abo hat hier kurz überlegt, wo er ein Portal reinsetzen soll. Von mir kam dann der Hinweis, er kann auch ein Portal zu einer Portalträgerin aufwerten, wenn eine von seinen Portalträgerinnen geschlagen wird. Das heißt, er kann jetzt hier in der unteren Leiste das Portal aufwerten und dadurch sein Portal schützen, da das dann nicht angegriffen werden kann. Das macht er dann auch, hat jetzt wieder 6 Siegespunkte und kann jetzt einen Celadron reinsetzen, der sich eben in der nächsten Runde neben das Portal stellen kann. Und dann hat er seinen virtuellen Siegespunkt und uns ist dann auch nichts mehr eingefallen, wie der Mali-Spieler das noch verhindern kann. Das heißt, auch in dieser Variante wieder ein Sieg für die Celadron und ihr seid gefragt, wirklich schaut mal durch, schaut mal, ob ihr irgendwo einen Zug findet, wo dieser eine Siegespunkt oder dieser eine weniger Triggerpunkt für die Celadron noch drin ist, sodass der Mali-Spieler das Spiel noch für sich entscheiden könnte. Bis dahin, aber viel Spaß! Bis dahin, aber viel Spaß!